I.D. Scan aktiviert. Hallo, Agent Sterling. Und Musik ab. Es hat funktioniert. Die Testperson wirkt desorientiert. Walter, was hast du getan? Tauben sind überall. Die fallen keinem auf. Das ist die perfekteste Tarnung für einen Spion. Enttaubisiere mich auf der Stimme. Lass das klein. Echt jetzt. Spione Undercover. Eine wilde Verwandlung. Hey, Lance. Sieh mich an. Dich ansehen? Ich kann dich nicht nicht ansehen, Walter. Ich kann meinen Hintern und dein Gesicht gleichzeitig sehen. Die Verwandlung kommt 2019.